Die Ampelkoalition hat ihre Unstimmigkeiten bei der geplanten Legalisierung von Cannabis ausgeräumt. Das Gesetz könne nach der Verabschiedung durch den Bundestag zum 1. April in Kraft treten, teilten die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP mit. Geplant ist, Cannabis in Teilen zu legalisieren. Besitz und Konsum in kleinen Mengen sollen für Erwachsene ab 18 Jahren nicht mehr strafbar sein. Anbau und Kauf sollen über Vereine ermöglicht werden, um den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Demian von Osten in Berlin, woran hatte es denn zuletzt noch gehakt? Es gab Unstimmigkeiten innerhalb der Regierungskoalition, unter anderem von Politikern der SPD. Die hatten Probleme damit, wie die Regelungen im Umfeld von Schulen und Kindergärten genau aussehen sollen. Das hat man jetzt offenbar gelöst und, so wie es heute heißt, ohne wesentliche Veränderungen am Gesetzestext, offenbar hat man sich vor allen Dingen darauf geeinigt, dass man das Ganze regelmäßig evaluiert und überprüft, ob wirklich die Ziele erreicht werden. Deswegen lobt sich die Regierungskoalition heute für ein, so Zitat, modernes Drogengesetz. Sind denn damit jetzt sämtliche Bedenken gegen die Legalisierung von Cannabis vom Tisch? Also innerhalb der Koalition offenbar ja. Außerhalb sieht es anders aus. In den Bundesländern gibt es Widerstand unter anderem aus Bayern. Dort hat man angekündigt, womöglich eigene Regelungen zu verhängen, um das Gesetz abzuschwächen in Bayern. Und viel Kritik gibt es auch von Verbänden, von Ärzteverbänden, Apothekerverbänden, aber auch von Juristen und Polizeigewerkschaften, die die liberale Drogenpolitik der Regierung kritisieren. Vielen Dank, Demian von Osten.